Nein, so kann ich nicht. Herzlich Willkommen zum neuen Vlog. Heute ist ein Sparringstag, wie sich auch viele gewünscht haben. Es ist sehr viel los heute. Ich glaube heute wird ein gutes und witziges Video. Jeder braucht heute Friseur irgendwie. Der neue Booster von der SN. Er soll nicht so gut schmecken, aber soll richtig krass sein. Das ist dafür, damit ich heute ein bisschen vor Kamera Gas geben kann, weißt du? Also ich muss ehrlich sagen, der Nachgeschmack ist nicht so gut. Vielleicht erfüllt das ja seinen Zweck. Haltet euch auf den Laufenden. Wenn ich Rutkowski besiege, Gucci Schuhe. Wenn ich erste Runde besiege, Gucci Schuhe. Ja, okay. Ich check das nicht. Die Parteien hier Gucci Schuhe, was bekomme ich schon, wenn mir gegen Rutkowski gewinnt. Eine Geschenk, kleiner Geschenk. Boah, Rutkowski. Komm schon, komm, komm! Wie ist dein Gegenstand? Hast du ein Team gemacht? Ja. Hast du es mit mir gemacht? Hast du einen? Okay. Sturm. Ja. Nicht nur wie du, aber auch wie du. Also heute Sparren mit der letzten Fieber, ja? UFC-Legende. Lange her, aber... Wird gute Sparren. Du musst noch mal zu Naga gehen. Maler? Naga, Naga. Ah, Naga? Maler. Maler kam, Maler kam. 100% Schammer. 100% Schammer. Wenn du mir meine Black Belt gibst, dann komme ich. 100% ich gebe. Ja? Wenn ich gewinnen, dann gebe ich. 100%. Ihr wisst Bescheid. Ihr fragt vor dem Training von der ESM. Mit dem Code Long. Warte mal, wie viel Prozent diese Woche? 20. 20. 20. Warte? 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 Warte. 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 Der Rest liegt auf der Seite. Raus da, raus da, immer raus zählen. Das ist schon passiert. Hier ist das Leben. Okay. Rechseln, familialisch. Auf der Secken bringt nichts, komm raus da. Raus zählen, raus zählen. Komm da, ich merke dich. Hör, mach auch. Genau da. So, das will ich sehen. So, wenn du da stehst, das hier ist zu ziehen. Fazit zur ersten Runde. Ich weiß es. Ich könnte auch ein Video gucken, so kann ich das gar nicht einschätzen. Ich schau' noch nicht. Ich mach mit mir. Go,go,go! Pull it! Pull it! Hier ist er. Wieder wieder. Wieder wieder. Von der anderen Seite. Er wird wieder hoch. Ja! Ein paar anders! Bereit! Los! Oh! Okay weiter weiter! Ja! Du hast einen, einen! Okay! . Weiter! Immer wieder weiter! Da berühmt er. Da berühmt er! Vielen Dank. Die Brunner ist ein Barsch. Das ist ein Barsch. Bereit, die Begründung! Erste Position, der Garsch! Die Brunner ist ein Barsch. Das ist ein Barsch. Das ist ein Barsch. Und los geht's! Oh ja! Jetzt sind wir verstanden! Okay, Handgarten! Side control! Und los geht's! Achtung. Normal? Ja. 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 Okay. I'll keep going. Ja. 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 No! Ja. 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 Das war's, das war's. Was ich übergleichen sagen kann, ich schwöre euch, der ist ein hundertprozentiger Profi, der wird nicht verletzen, der passt sich an. Physisch war ich klar unterliegen, aber weißt du, der hat mich noch arbeiten lassen, alles drum und dran. Ein hundertprozentiger Profi. Sehr stark, gute Technik. F**k wirklich, man. Wahnsinn. Danke, Robert. Danke. Good job.